Nichts schmeckt besser als regionale Lebensmittel. Wir legen Wert auf Frische und Qualität. Genauso wie unsere Bauern und Hersteller, die wir von Herzen schätzen. Frische Kuhmilch gibt's bei uns noch warm. Und die Äpfel fallen direkt vom Baum in unseren Schoß. Aber auch das Gemüse ist so frisch, dass es uns förmlich entgegenspricht. Wir lieben Vielfalt und sind stolz darauf, Lebensmittel aus unserer Region anbieten zu können. Vom Feld direkt auf den Tisch, damit Sie wissen, wo Ihr Essen herkommt. Ihr Edeka Olbrich in Ortenberg